Es sollte es gehen. Wir sind hier am Warten. Es läuft gerade nichts. Die Leute haben es nicht parat gemacht. Wie immer, oder? Fast immer. Ja, fast immer. Und jetzt sind wir hier am Warten. Und warten, und warten. Es ist schönes Wetter. Was willst du noch mehr? Und wenn sie nicht gestorben sind, warten sie heute noch oder morgen noch. Genau. So ist das. Das Leben ist schon genug beschissen. Das ist aber so. Ja, so ist das. Hey yo, was geht ab? Und jetzt warten wir noch. Yo.